Jo, hallo Leute, hier ist euer TableTennisGamer und herzlich willkommen zurück zu RaymanLegends So, hier sind wir wieder zurück bei Back to Origins Also wieder zurück, passt schon irgendwie, ne? Wir sind zurück, zurück bei Back to Origins, also zurück in Origins Und sind hier irgendwo im Wald, keine Ahnung wo, keine Ahnung warum, keine Ahnung wieso, weshalb, warum Ja, was ist das denn? Achso, ok So, ah, da oben haben wir schon unseren ersten, ersten versteckten Heino Ah, was chillst du da unten? Ah, du auch chillen? Ja, wird nicht gechillt, ich kann es schön vergessen So, lass mal gucken Wow Ah, stopp Okay, hier müssen wir wahrscheinlich wieder aufpassen Ah, ok Ja, buddy Gibt's hier nichts, nicht noch Ne, hier scheint Oh mein Gott, hier scheint es nichts Doch Da unten gibt's wohl was Ah, da ist er doch, der Kleine, komm her Ne, fuck you, fuck you Fuck, 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 fuck Ok, tschüss Ne, ich fang wieder von vorne an Oh, wie ärgerlich Moment Ah, hier Hier bei der ersten, ne So Zack So, und zack Und zack Alles klar Hier einmal durch Ja Ja, help me Ich komme, dich retten So, Nummer zwei Nummer zwei Haben wir So, zack Den haben wir auch Zack, den haben wir auch Und Da haben wir auch Alles klar So, dann haben wir alles Ja Ihr seid ja mega geil, Kollegen So So, tschüss Gibt's hier unten irgendwas? Ne, ne Ich glaube nicht Das heißt, wir können Hier weitermachen Denn Bonus Level Aha Und tschüss Das war's Und der Junge ist befreit Das ging eigentlich relativ schnell Muss ich sagen Ich kann mich an das Level Gar nicht mehr erinnern In Origins Also an das erste Konne ich mich noch gut erinnern Wahrscheinlich eben Weil's das erste war Aber an das hier Ich weiß Vielleicht gab's das auch So gar nicht in Origins Keine Ahnung Vielleicht haben sie doch Ein bisschen was verändert Und ich weiß es noch nicht Kann ja alles sein Alles ist möglich Ja, ich hör dich Wo bist du? Ah, da bist du Warte Wuhu Na Kollege Ah, da fehlt einer Aber wo? Da oben Oh yeah Und damit hätten wir Nummer 3 auch gefunden So, gibt's hier noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Wuhu Ne, damit sollten wir dann durch sein hier Okay Und weiter Oh, wuhu What What the fuck Wuhu Okay Zweites Versteck Zweiter Zweites Bonus Level So, der war einfach Okay Pass auf, Junge Huia Du bist auch einfach Und zack Da haben wir ihn auch befreit Auch ganz locker Easy Irgendwie aus der Hosentasche heraus Sauber, Leute Yeah, yeah, yeah Freut sich Yeah, yeah, yeah Alles klar Nein Boah Alter Jetzt bleibt mal ganz korrekt, ja? Haha Ah, da noch Okay Und? Ja, alles klar Damit fehlen noch 3 Stück Okay Ah, ich glaube Ich glaube, da war vorher dann auch keiner mehr, ne? Will ich zumindest hoffen Komm jetzt Zack, zack Yeah Okay Yeah, help Juhu Alles klar Nummer 3 Und Nummer 4 Von der 2. Hälfte Sollte sich dann hier Ja, klar Moment Jetzt müssen wir aber die Die 600 noch irgendwie Ja, die kriegen wir zusammen Was macht der denn da? Was ist denn da? Hat er seine Kniebeugenübungen gemacht? Habt ihr das gesehen, Leute? Was war das denn für ein harter Typ, ey? Macht er seine komischen Kniebeugenübungen, ey? What the fuck, Junge? Was ist los mit dir? Kniebeugenübungsmensch, ey Richtig gut, der Typ So, okay Damit hätten wir die auch Mein Gott, es geht echt schnell Sieger, da wirst du nicht eine Herausforderung Ja, deine Mutter ist Jason Ja, nächstes Level frei Geil Okay, gehen wir direkt rein Ins Nächste, würde ich sagen Könnten wir in dem Part sogar Eventuell noch schaffen Je nachdem, was es Ah, die Schatztrohnen Fuck, Alter Ne Shit Erinnert ihr euch? Oh, ich erinnere mich so sehr Dass ich mich gar nicht erinnern will Ah, ja Das war so richtig schön asozial Eigentlich habe ich überhaupt gar keinen Bock auf Schatztrohnen-Action Ja, geil Super Und man fängt immer, immer von vorne an Immer Das ist wie bei den Musikleveln Und genauso schlimm waren die auch eigentlich Wenn ich mal überlege Ja, das ist zu vergleichen Aber, aber das zeigt mir gerade irgendwie Wo sind die Ideen in Rayman Legends? Die Musiklevel-Idee ist geil, so Aber wo ist der Rest? Wo ist so eine Schatztruhe? Also nicht Ich will nicht dasselbe, wie die Schatztruhe war Aber wo ist eine vergleichbare neue Idee? Wo sind die? Wo sind die neuen Ideen hier? Hör mal Finde ich ist ziemlich mau in Rayman Legends An mauen Ideen An neuen Ideen So, komm Jetzt müssen wir das hier in dem Part aber nochmal schaffen Ja, jetzt das Die eine Noob-Stelle da Ey, die sollte ich ja eigentlich Yeah Ja, geil Voll gut war das Ich war so gut gerade Geil Ah, was ist denn los, Titee, ey? Hast du verlernt, wie das Spiel geht, hä? Hast du dich irgendwie Eingokon Bei Schmetterlingen Die gehen in den Kokon rein Wie nennt man das, wenn Die 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 Kokonier Ein Sich ein Kokonier Tein Haha Tschüss So Keine Ahnung Ich weiß nicht, wie man das nennt Vielleicht wisst ihr, was ich meine Eingokon Saftkorn Attacke machen Keine Ahnung Weiß nicht Oh, mit fünf Fünf Lums drüber, Alter Das ist selten, dass ich mal drüber bin So Sehr gut Damit hält man das auch Ja, aber irgendwie finde ich das ein bisschen blöd Dass man jetzt halb Origins hier nochmal durchspielt Findet er nicht? Keine Ahnung Ich finde das ein bisschen blöd Ach, guck mal Ach so Die kann ich noch nicht mal spielen Weil mir die scheiß Glückslose dafür noch fehlen Das ist ja mal mega scheiße Das finde ich echt scheiße Toll Kann ich die noch nicht mal spielen Ah, Kleinlinge Ah, Kuscheltier Kuscheltier geworden Sauber Ja Ey, machst du jetzt? Ey Ey Boah, ich hasse das bei meiner Steuerung Ja, Dankeschön Genau, genau das Genau dies wollte ich schon die ganze Zeit über tun Ich hab's aber nicht Ah, guck mal Neues Aber bestimmt irgendwo anders Ja, nun gut, Leute Ich verabschiede mich schon mal Wenn wir jetzt die Glückslose hier geroselt haben Dann machen wir erst im nächsten Part weiter Also, Leute Ich sag mal Vielen Dank fürs Zusehen Und bis zum nächsten Mal Euer Table Tennis Gamer Tschüss